so leute es ist zeit für den großen vorboss kampf nattler ist uns in der letzten folge abgestürzt und ja wenn jetzt mal die große pyramide erkunden mit einem so ziemlich lange vorboss kampf der jetzt auch sofort gleich losgeht so sie hat von der neuen kreation gesprochen von einer neuen rasse das fette wiederum ist sozusagen der wir dürfen nur nicht bloß nicht runter fliegen das wäre ziemlich schlecht erwischen lassen dürfen wir uns auch nicht von dem komischen ding weil das kickt uns sofort runter ihr seht ich halte jetzt auch schon ein bisschen abstand von dem teil weil wir wissen es geht dort verdammt tief runter wie ihr bereits gesehen habt noch sieht es gut aus er trifft uns nicht ich will aber auch nicht zu nah an das ding ran ja und die munition schnappe ich mir auch erst wenn das ding kaputt ist so ich bleibe auf abstand dass mich das ding nicht erwischt das kann jetzt ein weilchen so dauern aber wie ihr schon hört wir machen ihm schaden und auch nicht zu lange irgendwo stehen bleiben weil sonst zerschmettert er uns zerschmettert er uns ist er tot ah wie wir sehen er ist tot und ich glaube eher das war so eine art wächter von der tür als mini boss so und wir haben noch schön viele uzi munition und auch kaum ein medipack verschwindet was mir noch sehr gefällt die müsste jetzt glaube ich das save point langsamer drin sein das wäre nämlich echt toll gut die scheint jetzt bloß ein komischer felsblock zu sein ich schieb das ding mal weg ja mit etwas glück könnten wir vielleicht heute schon diesen part bzw das spiel beenden ich hoffe es sehr ich versuche es jetzt möglichst reibungslos alles zu schaffen ich habe vielleicht gesehen der save point ist eine etage höher ja aber da muss ich erstmal rankommen und da werde ich auch gleich rankommen jetzt kann ich hier den block dahin rausschieben und müsste dann da oben an den save point rankommen und ich sehe gleich da ist noch so eine komische zahn lücken tür und auch das hat gut geklappt und auch das hat gut geklappt mal sehen Matthias so müsste ich das da wegschieben aha wenn ich jetzt drüben rüber gehe dann habe ich vielleicht da entweder eine kleine plattform oder einen versperrten weg war das jetzt gerade richtig ich versuche es einfach mal aber ich denke mal schon dass es gerade richtig war also im ansatz schon weil da ist ja ein hebel also ich denke mal ich verstehe es ja das heißt jetzt füllt dieser stein die lücke auf und ich kann jetzt diesen hebel hier umlegen den Ich glaube, ich muss die Brücke da aktivieren, wenn ich mich recht entsinne. So, jetzt schön vorsichtig, hier könnten immer noch Fallen sein. Okay, es hat gut geklappt. Dem bin ich auch gut ausgewichen. Kommt da noch einer? Ne, scheinbar nicht. Vielleicht? Nein. Aber hier, ja. Einfach. Okay, ja, diese Fallen scheinen auch aus dem Weg geräumt zu sein. Was ist denn das für ein Klackgeräusch ständig? Ähm, ja. Ah, den anderen Weg sehe ich jetzt auch nicht. Okay, das sollte scheinbar jetzt so sein. Das heißt, ich bin jetzt wieder hier und muss dieses Ding scheinbar zerstören. Okay, anscheinend bricht jetzt alles zusammen. Ich werde nochmal ein bisschen Medi-Packs verbrauchen. Ich habe ja genug, kurz die Munition. Ich sehe gerade wirklich viel. Nämlich fast gar nichts. Hm. Nur, dass hier gerade fast alles ziemlich am zusammenbrechen ist. So, das Gion scheint zerstört zu sein. Ihr seht, es ist totale Eskalation. Oh, das ist so knapp. Oh, das ist so knapp. Oh, das ist so knapp. Ach du meine Güte. Pfeile machen jetzt nicht so viel Schaden, ist jetzt auch egal Machen zumindest weniger Schaden als dieser komischen Mutantenviecher, oh jetzt wird's da mal richtig knifflig Kann ich jetzt nicht grad viel sagen, weil ich gerade etwas, ja, konzentriert bin Schade, ich dachte es wäre ein Slide gewesen Ärgerlich Aber egal, wir haben noch Zeit, das ist nicht so schlimm Diesmal kämpfe ich aber nicht mit euch, habe ich jetzt keinen Bock Hat mir sowieso ein bisschen viel Medibjacks gekostet Ihr könnt da rumstehen, wie ihr wollt Das mach ich nicht Das mach ich nicht Da Das mach ich nicht Nein! Jetzt habe ich den Felsenlein Leider auch übersehen. So, dritter Versuch. Vielleicht klappt es jetzt besser. So, dritter Versuch. Gut, der Block kommt scheinbar von da oben. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Gut, jetzt vorsichtig da durch. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Okay, Doppelsprung. Eins. Zwei. Zwei. Und drei. Okay. So weit, so gut. Und ein weiterer Speicherpunkt, den du bitte mal anvisieren könntest. Geht doch. So, okay. Fix. Nicht zu viel Zeit verlieren. Weiter geht's. Weiter geht's. So. 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 So.